Und auch da habe ich festgestellt, das freie Spiel der Kräfte waltet noch immer, auch in unserer Gesellschaft, bei der Auswahl zwischen Ehepartnern. Die Leute lernen sich in einem völlig chaotischen, ungeregelten Rahmen kennen und schließen dann Ehen einfach so, ohne dass das vorher vernünftig geprüft worden wäre. Und auch das ist ja ein Fall des Marktversagens, wie man an unseren Scheidungsquoten sieht. Auch ein dringendes Betätigungsfeld für den Staat. Vielleicht lernen wir von Dr. Michael Blume jetzt etwas darüber, wie man das besser regeln könnte. Herr Dr. Blume. Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich glaube, es ist im Forum Freiheit und anderswo gar nicht so häufig, dass ein Religionswissenschaftler spricht. Gleich Fahndung vorweg, Religionswissenschaftler sind keine Theologen. Wir erforschen die Religion so wie andere die Musik oder die Sprache. Wir dürfen gläubig sein, wir müssen aber nicht. In meinem Fall, ich bin es, bin evangelisch, meine Frau ist muslimisch, wir haben drei Kinder. Der interreligiöse Dialog kann fruchtbar sein, hat keinen Staat geplant, ist so passiert. Und dass ich drei Kinder habe und religiös bin, hinkt miteinander zusammen. Nun werden Sie sich vielleicht fragen, was soll denn das? Wir sind beim Forum Freiheit, hier geht es um Geld, Eigentum, Macht. Es gab aber einen großen Vordenker der Freiheit, der gesagt hat, die Idee der Freiheit steht in einem ganz anderen Dienst, nämlich in der des Lebens selbst. Friedrich August von Hayek hieß der und ich bin heute hier, weil ich während der Forschungen damals zum Thema Religion und Demografie entdeckt habe, mein Gott, der hat recht. Was er da geschrieben hat, haut empirisch hin. Und wenn man sich seine Werke durchliest, dann gleich ganz am Anfang, verhängnisvolle Anmaßung, Seite 2, gleich ganz am Anfang, schreibt er über Familie und Fortpflanzung und die Unterschiede darin, dieser Vorgang ist vielleicht der am wenigsten gewürdigte Aspekt in der Entwicklung des Menschen. Da geht es nicht nur darum, dass es auch Freude machen kann, sondern da geht es eben darum, dass er erkennt, dass jede Weltanschauung und jede Tradition, die nicht an Kinder weitergegeben wird, eine sterbende Tradition ist. Und wenn wir uns anschauen, unter was der Liberalismus oder das freiheitliche Gedankengut auch in Deutschland leidet, dann ist es eben auch ein Fehlen von Nachwuchs. Die Amisch zum Beispiel oder das orthodoxe Judentum oder auch die Mormonen und zahlreiche andere Gruppen haben dieses Problem nicht. Die haben Familien und Kinder. Und Friedrich August von Hayek ist nicht nur hingegangen, hat das beobachtet und hat gesagt, schaut mal, sondern er hat sich Gedanken gemacht, wie kommt das? Wie kommt das, dass offensichtlich irrationale Systeme entstehen, dass die Leute dort an die unterschiedlichsten Dinge glauben und dann sind sie auch noch so außerordentlich erfolgreich. Und er ist da auf diesem Weg dazu gekommen, zu sagen, dass Freiheit eben nicht nur die Freiheit bedeutet, viel Geld zu verdienen, sondern die Freiheit bedeutet zu lieben, die Freiheit bedeutet zu glauben, die Freiheit bedeutet, gemeinsam Familie aufzubauen, Netzwerke, Kindergärten, Schulen, Dinge, die nur der oder diejenige lächerlich finden kann, der das Leben und die Evolution nicht verstanden hat. Bei Friedrich August von Hayek sagt, Demografie ist nicht planbar. Niemand von uns und schon gar kein Staat weiß, wie die Welt in 20 Jahren ausschaut. Wir wissen nicht einmal, wie unsere Gefühle in 20 Jahren ausschauen werden. Und wir wissen noch weniger, wie sie zum Beispiel zwischen Paaren in 20 Jahren ausschauen werden. Auch Irrtümer sollen da vorkommen. Wir haben auch gehört, die Scheidungsraten sind zum Beispiel auch ein Beispiel dafür, dass nicht jede freie Bindung automatisch das Resultat bringt, das man sich am Anfang erhofft hat. Und dann bringt er das Argument und sagt, aber das Furchtbarste, was man jetzt machen kann, ist, dass man den Staat da hinnimmt und den planen lässt, wer mit wem. Übrigens ein altes Thema, schon im Talmud wird darüber gesprochen, wo ein römischer Grundbesitzer dann meint, er verheiratet jetzt seine Sklaven, er kann das besser entscheiden als sie selbst. Und der Talmud ergreift da die Partei und sagt, nein, nur die Menschen selber können das wissen. Unter Umständen können sie sich mit Gott darüber beraten, aber wir müssen ihnen die Entscheidung lassen. Nach von Hayek wird das scheitern, wenn wir versuchen, das Leben zentral zu planen. Das heißt, jeder und jede von uns muss in diesen Fragen und darf in diesen Fragen selber entscheiden. Hayek sagt weiter, dass Menschen nur Experten ihres eigenen Lebens sind. Die Frau, der Mann, den sie lieben. Wir haben es gerade gehört, das wird nicht unbedingt auch die Wahl ihres Nachbarn oder ihrer Nachbarin sein. Wenn, gibt es unter Umständen sogar ein Konkurrenzproblem. Wen sie lieben, wen sie schön finden, das wissen nur sie. Wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich geborgen fühlen, wo ihre Heimat ist, das wissen nur sie. Das heißt, auch da kann keine zentrale planende Stelle an die Stelle ihres Herzens, darf man im Liberalismus auch mal wieder daran erinnern, Herz, nicht nur Kopf, nicht nur Geldbeutel, Herz treten. Herz statt Herz. Aber Hayek sagt auch, wir sind nicht ganz alleine. Wir können diese unglaublich schweren Entscheidungen eben nicht nur treffen, indem wir uns das alles selber ausdenken oder in der Excel-Tabelle berechnen. Sondern er sagt, uns sind Traditionen zugewachsen, Vorbilder, Regeln, die sich kein einzelner Planer ausgedacht hat, sondern die Menschen entdeckt haben, über Generationen hinweg, die Eltern an ihre Kinder weitergeben oder Großeltern an ihre Enkel. Wo man sagt, wie das funktioniert, wo man sich kennenlernen kann, wie das früher funktioniert hat, auf was man achten muss, wie man einander umwirbt, wie man sich findet, wie man Streit, Konflikte, die dazugehören, ordentlich austrägt. Und da sagt Hayek, und das war eben der Punkt, wo ich sehr überrascht bin, in den Religionen finden wir da sehr viel. Nicht, weil jede Religion darin erfolgreich wäre. Die Shaker zum Beispiel haben das Zölibat für alle eingeführt. Das waren im 19. Jahrhundert noch 8.000 Leute in 29 Gemeinden. Jetzt sind es noch drei Leute in einer. Die Amisch dagegen, das waren um 1905.000. Jetzt sind es 250.000. Und sie verdoppeln ihre Anzahl alle 15 bis 20 Jahre. Hayek sagt also, der Zusammenhang ist nicht intrinsisch, sondern historisch. Das heißt, diejenigen religiösen und weltanschaulichen Traditionen, die an viele Kinder weitergegeben werden, die werden zu Weltreligionen. Die werden groß. Und deswegen können wir in großen religiösen und auch weltanschaulichen Systemen, aber Hayek vor allem in religiösen Systemen, einen Schatz an Wissen finden, der über Generationen hinweg getragen hat. Und das ist übrigens für ihn ein Argument, wo er sagt, nicht nur die Sozialisten, sondern auch lebensferne Rationalisten im sogenannten kontinentalen Liberalismus, die verstehen das nicht. Die zerstören das Gewebe aus Traditionen, aus Weisheit und Wissen, das uns über Generationen zugewachsen ist. Ein unglaublich cooler Gedanke, da war ich als Religionswissenschaftler mit offenem Mund von dem Buch, wo ich gesagt habe, das muss uns ein Ökonom erklären, ein Wirtschaftsnobelpreisträger. Und wie gesagt, empirisch gesehen hat er einfach recht. Das heißt, was darf ich heute sagen? Ich darf Ihnen sagen, es stimmt tatsächlich, dass Familie und Familienkinderzahlen dort am besten wachsen, wo Menschen die Freiheit haben, über ihre eigenen Angelegenheiten zu entscheiden und ihre eigenen Traditionen zu wählen. Wir schauen in der deutschen Diskussion immer sehr gerne nach Frankreich und nach Schweden, also auf Systeme, wo der Staat eine sehr starke Rolle spielt, was die Familienförderung angeht. Wir schauen relativ wenig in die USA oder nach Großbritannien, wo wir sogar noch höhere Geburtenraten haben und wo sich der Staat sehr zurückhält. Es gibt eben verschiedene Wege und der Vorteil des freiheitlichen Weges ist eben auch tatsächlich, dass die Menschen ihn selber wählen und nicht zentral vorgeplant werden. Und da erlauben Sie mir den Einschub, ich finde das gerade bei Familien- und Liebesangelegenheiten sehr übergriffig. Ich möchte mir ungerne vorschreiben lassen, wie und mit wem ich zusammenlebe. Ich finde, das ist sozusagen ein intuitives Gefühl auch von Menschenwürde, das ein lebendiger Liberalismus durchaus auch einbringen könnte. Kein junger Mensch, kein Jugendlicher, keine Jugendliche möchte sich in diesem Bereich staatliche Vorschriften machen lassen. Meine vier Thesen zum Schluss aufheilig aufgebaut. Also erstens, Familien brauchen Freiheit, um sich selbst bilden und entfalten zu können. Ich bin jetzt viele Jahre glücklich verheiratet. Wie gesagt, wir haben die Kinder, sind glücklich, führen ein gutes Leben. Trotzdem würde ich mir nicht anmaßen, über das Liebesleben von irgendjemandem hier in diesem Raum entscheiden zu können. Wenn Sie wollen, kann man miteinander reden, wir können uns gegenseitig beraten. Aber letztlich brauchen Sie die Freiheit, um die richtigen und auch falsche Entscheidungen treffen zu können. Der zweite Punkt aber auch, Freiheit braucht Familien. Ein Liberalismus, der wahrgenommen wird als Veranstaltung von Egomanen, von Karrieristen, von Leuten mit dicken Ellenbogen, die eigentlich nur nicht für andere da sein wollen, ist weder attraktiv noch zukunftsfähig. Ein Liberalismus, dem es an Kindern fehlt, ist ein veräbbender, sogar ein sterbender Liberalismus. Ein Liberalismus dagegen, der immer schon in die Zukunft denkt, in dem Kinder, Enkel eine Rolle spielen, ist ein Liberalismus mit Zukunft, ist ein Liberalismus, der attraktiv ist, auch für junge Leute, für Frauen und für Männer. Dritter Punkt. Ein Beispiel in Deutschland ist das Ehegattensplitting. Ich frage mich, warum der Staat immer noch eine bestimmte Lebensform, die ich selber gut finde, die ich lebe, die ich bejahe, warum er sie steuerlich privilegiert, ganz unabhängig davon, ob dort Kinder leben, aufgezogen werden oder nicht. Es wäre hilfreicher, Familien, gerade auch Familien mit vielen Kindern, durch ein Familiensplitting zu entlasten und die Leute selber über ihr eigenes Geld entscheiden zu lassen. Nicht staatliche Almosen zu verteilen, sondern den Menschen das Geld zu lassen, mit dem sie ihre eigene Familie und ihre eigenen Kinder aufziehen können. Und viertens, da hat auch Friedrich von Hayek recht, Religionsfreiheit ist nicht zufällig das erste Freiheitsrecht gewesen, für das Menschen gelitten und gestorben haben. Denn wenn sie frei wählen dürfen, was sie glauben oder auch was sie nicht glauben, dann ist das eine Entscheidung, die auf ihr gesamtes Leben ausstrahlt. Auf die Wahl des Ehepartners, auf die Wahl der Gemeinde, die sie besuchen, auf die Wahl der Überzeugung, die sie vertreten. Wenn man ihnen diese Freiheit nimmt, dann nimmt man ihnen auch jede andere Freiheit. Und deswegen hat niemals kein Sozialismus und keine Planwirtschaft Religionsfreiheit gewähren können. Denn wenn die Menschen frei sind, tatsächlich ihre innersten Werte zu wählen, sind sie nicht mehr verplanbar. Damit will ich also schließen und dazu aufrufen, den Wert von Freiheit für Demografie und die Verbundenheit von religiösen Traditionen und Freiheit wieder zu entdecken. Man braucht gar nicht weit suchen. Friedrich August von Hayek ist eine tolle Adresse dafür. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Eine Zwischenbemerkung erlauben Sie mir von 60 Sekunden. Steuerprivilegierung, Herr Dr. Blum. Wenn wir als Liberale diskutieren, glaube ich, sind wir gut beraten, in sehr präzisen Begriffen zu reden. Und ich lade uns alle ein, nie wieder das Wort der Steuerprivilegierung zu benutzen. Denn Steuerprivilegierung impliziert ja die Vorstellung, dass jemand ein Privileg genießt. Das ist immer so diese Geschichte, Günter Edra hat darüber sehr, sehr schöne Filme gemacht, über getrocknete und halbgetrocknete Tomaten mit 7 und 19 Prozent Umsatzsteuer. Ganz großartig. Ist eine getrocknete Tomate privilegiert, wenn sie nur 7 Prozent Umsatzsteuer hat, gegenüber der nicht getrockneten mit 19 Prozent? Wenn wir das als Privileg bezeichnen, dann ist es auch ein Privileg, wenn ich in Duisburg am Kantpark entlang spazieren gehe und nicht ausgeraubt werde. Weil die meisten, die dort langlaufen, werden ausgeraubt. Und wenn ich dort nicht ausgeraubt werde, könnte ja eine Steuerbehörde irgendwann auf die Idee kommen, sagen, die Tatsache, dass du nicht ausgeraubt worden bist, ist dir als vermögenswerter Vorteil zuzurechnen. Und diesen Anteil müssen wir besteuern. Deswegen Steuerprivilegierungen. Ein sehr schöner Vortrag. Dieses eine Wort haben Sie, sehen Sie mir das nach. Ab heute nie wieder. Danke sehr. Vielen Dank. Vielen Dank.